Heute mit Petra Hartmann, Henning Reichrath und Jens Volling. Wir beginnen heute mit Henning Reichrath. Er ist Designer, Texter, Schauspieler, quasi ein Tausendsasser. Alles im Einzelnen aufzuführen würde jetzt den Rahmen sprengen, aber Sie können es sich auf seinem Autorenprofil einmal durchlesen. Auf hildesheimliche-autoren.de Und nun bitte Henning. Das folgende Gedicht ist entstanden kurz nach der Wende. Neue Bundesländer. Textlich ist es also nicht mehr up to date und ich weiß nicht, ob Jugendliche heute mit den einzelnen Worten so viel anfangen können. Neue Bundesländer. Ampelmännchen Die Partei ist zu alt, Bananen aber ohne Gewalt. Verwandte bringen Kiwis her, Rübermachen lohnt nicht mehr. Bauten bedatschen die Platte, Vertreter stehen auf der Matte, Denn Mandy kauft Schnäppchen, Rote Sekten getarnt mit Käppchen Und für Wessis nur das Beste. Alle Ossis, die kriegen die Reste. Der Fortschritt Absenken der Sinkgeschwindigkeit Die Füße bleiben warm. Sie lieben den Schlamm. Weißt du noch damals, 2014? Wie das jetzt weitergeht, das werden wir ja noch sehen. Fortschritt heißt weiterschreiten, Wandel statt Beständigkeit, Bewegung und Standortwechsel. Aber es geht uns doch gut, Solange es dampft. Warme Füße. Wonach riecht das hier eigentlich? Ist das auch wirklich Schlamm? So, nun kommt Petra Hartmann. Sie kommt aus Silium und hat einen neuen Roman geschrieben. Er heißt D'Artula und ich habe hier gerade das Cover vor mir. Es ist doch sehr düster. Ich sehe Blut, ich sehe Feuer, ich sehe einen Sturm. Petra, erzähl uns doch was darüber. Ja, das Cover ist Programm beziehungsweise das Cover passt sehr genau zum Buch. Es wurde erstellt von Miguel Worms, einem befreundeten Künstler. Miguel Worms hat lange Zeit für die Elfenschrift gearbeitet. Eine Zeitschrift, die in Gronau erscheint und für die ich geschrieben habe. Und er hat immer wahnsinnig gute Cover gemacht. Und er war so freundlich, mir dann meinen Roman zu veredeln. Geht es denn in dem Roman selber genauso düster zu wie auf dem Cover? Ja, es ist eine sehr düstere Geschichte. Es ist eine Story, die aufbaut auf einer Geschichte aus der alten irischen Mythologie. Der Untergang eines Reiches, der Tod einer ganzen Dynastie, eine schöne Prinzessin auf der Flucht vor einem bösartigen Großkönig voller Macht und mit tausend und abertausenden Soldaten. Es ist schon eine sehr blutige Geschichte und am Ende spricht der Tod das letzte Wort. Du hast gesagt, der Stoff stammt aus der Mythologie. Was hast du da dann genau gelesen, dass du darauf gekommen bist? Dathula ist eigentlich ursprünglich ein Kleinepos gewesen. Es stammt aus den sogenannten Works of Ossian. Eine Sammlung von Gedichten, Kleinepen, Prosa-Erzählungen, lyrischen Einsprengseln, dramatischen Sachen, die im 18. Jahrhundert erschienen ist. Veröffentlicht wurde das unter dem Namen von Ossian, einem alten mythischen, irischen und schottischen Barden. Herausgegeben wurde die Sache von einem Menschen namens James Macpherson, seines Zeichens selber Schriftsteller, allerdings nicht ganz so erfolgreich. Es kam ziemlich schnell raus, dass dieser Macpherson eigentlich ein großer Fälscher war. Er hat zwar einige historische und sagenhafte Überlieferungen verwendet, Volkslieder und Ähnliches. Das meiste hat er aber selbst geschrieben und diesem Ossian in den Mund gelegt. Also es ist eine, ja zum Teil tatsächlich sagenhafte Sammlung von Dichtungen, zum Teil halt einfach frei erfunden von Herrn Macpherson, der gesagt hat, ich gebe alte irische Sagen heraus. Datula ist wie gesagt ein Kleinepos aus dieser Sammlung und ich habe diese Sammlung mal gelesen mit einer gewissen Arroganz, muss ich zugeben, weil ich gedacht habe, ha ha, jetzt gucke ich mir mal an, was da drin steht. Es gibt eine Sammlung von Gedichten, auf die ganz Europa reingefallen ist. Herde hat von dem Kerl geschwärmt, Goethe war hin und weg, hat da was übersetzt. Ich wollte es einfach mal sehen. Ich hatte halt Literaturwissenschaft studiert und es war für mich eigentlich so eine wichtige Quelle. Und als ich es dann gelesen habe, da hat mich wirklich selber das Ossianfieber gepackt. Ich habe tagelang, wochenlang nur noch geträumt von diesen eigenartigen Helden, von dieser düsteren Welt. habe mich dann hingesetzt und habe die Datula tatsächlich selber übersetzt, aus dem Englischen ins Deutsche und habe dann erstmal eine Kurzgeschichte drüber geschrieben und 10 Jahre später, 15 Jahre später, wurde dann tatsächlich ein Roman daraus. Und worum geht es genau in dem Roman? Die Geschichte ist sehr rasch erzählt. Datula ist die Tochter eines irischen Kleinkönigs, wie es bei solchen märchenhaften Frauengestalten oft ist. Es ist die schönste Frau von ganz Irland. Datula ist aber nicht so dieses kleine, wunderschöne Opferfrauchin, das am Ende nur der Siegerpreis für den besten Helden ist, sondern sie ist schon sehr selbstbewusst, kämpft mit Pfeil und Bogen, mit Lanze und Schwert. Eines Tages erregt sie dann die Liebe eines Großkönigs, des furchtbaren Kerber von Temora. Der will sie gerne heiraten, hält um ihre Hand drauf. Sie möchte den Kerl aber nicht haben. Er ist ein ausgesprochen unsympathischer Fiesling. Außerdem hat sie sich schon längst in den hübschen Nathos verliebt. Und sie weist ihn ab. Kerber ist zu Tode beleidigt, kommt mit seinen Truppen, verheert das ganze Land, alle umliegenden Städte, macht auch das heimische Selama platt, das Land, in dem Datula lebt. Nachdem er ihre gesamten Verwandtenfreunde und Bekannten umgebracht hat, kann sie gerade noch fliehen mit ihrem geliebten Nathos. Sie flüchten übers Meer. Es gibt furchtbare Szenen von Sturm und Gewitter auf dem Meer. Allerdings dreht sich dann in der Nacht der Wind. Und als sie an der Küste wieder anlangen, stellen sie fest, sie sind gar nicht in Eta gelandet, wo Nathos lebt, sondern sie sind wieder an der Küste von Selama, wo der gute Kerber schon auf sie wartet mit seinem Mann. Gut, dann hören wir gleich eine Kostprobe daraus. Truthil war gefallen. Und mit ihm fast alle jungen Helden von Selama. Datula lag auf einem der viel zu niedrigen Welle ihrer Festung und blickte hinab in die Ebene. Das Land schien schwarz von Kerbers Soldaten. Und doch war es nur der Bruchteil seiner Armee, den sie sehen konnte. Schwarze Rauchwolken im Westen verrieten ihr, dass auch dort Kerbers Krieger gewütet hatten. Tura war gefallen. Der alte König Cthulien ebenfalls geschlagen. Und Nathos? War er womöglich in Tura gewesen, als der Sturm losbrach? Vielleicht war er schon tot. Wenn wenigstens der Wind drehen würde, ein tüchtiger Südwind, und schon würde Oskar mit seinen Schiffen herbeieilen und... Ach, was. Datula wischte den Gedanken ärgerlich fort. Fengerl im fernen Nebelreich Morven wusste nicht einmal, wie es um Selama stand. Wie sollte er da seine Krieger zu ihrem Schutz aussenden? Über ihr rauschte eine der alten Eichen im Wind. Es zog Datula das Herz zusammen, wenn sie an das Schicksal der Festung und ihrer Bewohner dachte. Noch hatten Kerber und seine Leute keinen weiteren Angriff auf die Mauern begonnen. Doch es war nur noch eine Frage der Zeit, bis Kerber das Zeichen gab. Die niedrigen Mauern hatten einem solchen Ansturm nichts entgegenzusetzen. Vor allem jetzt, da nur noch eine Handvoll Greise zu ihrer Verteidigung bereitstand. Keine guten Aussichten, meine Tochter. Kolla war leise zu ihr getreten und blickte hinab auf die Scharen der Belagerer. Datula sprang auf. Sie fiel dem alten Mann um den Hals. Ach, Vater. Wir werden morgen einen Ausfall wagen, sagte Kolla. Nicht, dass wir den Hauch einer Chance hätten. Aber alles ist besser, als hier eingesperrt zu verhungern. Und vielleicht, wenn wir bis zu Kerber selbst vordringen und ihn töten, dann können wir doch noch gewinnen. Der alte Mann blickte versonnen in die über ihnen rauschenden Baumwipfel. Ich bin mein ganzes Leben lang in den Krieg gezogen, nahm er nach einer Weile wieder das Wort. Mein Arm ist noch stark genug, die Lanze zu führen, und ich fürchte den Tod nicht. Aber wer wird dich schützen, meine Datula, wenn ich gefallen bin? Hier, dieser Arm wird mich schützen, erwiderte Datula und spannte ihren rechten Arm, dass die Muskeln hervortraten. Ich habe gelernt, den Bogen zu spannen und jedes wilde Tier zu treffen. Und ist Kerber nicht wie ein wildes Tier? Sag selbst, gleicht er dich dem Hirsch in der Ebene? Ich werde mit dir ausziehen in Selamas letzte Schlacht und glaube nicht, dass ich weniger tapfer sein werde als unsere Krieger. Das ist brav. Daran erkenne ich Truthils wahre Schwester, sagte der Alte zufrieden. Sei morgen früh gerüstet, wenn wir in Selamas letzte Schlacht ziehen. Aber halte dich nahe bei mir, Datula, damit ich dich mit meinem Schild decken kann. Im frühen Morgengrauen legte Datula die Rüstung an. Sie umwand ihre Brust mit Binden und streifte einen leichten Lederharnisch über, den Truthil früher oft getragen hatte. Sie legte kupferne Arm und Beinschienen an. Dann hob sie den Kupferhelm an und drückte ihn auf ihr dunkelbraunes Haar. Als sie die Spange unter ihrem Kinn schloss, zitterten ihre Finger. Doch nicht vor Angst, wie sie sich selbst versicherte. Sie war die Schwester eines Helden, die Tochter und Enkelin von streitbaren und kampferprobten Königin Selamas. Angst würde sie niemals haben. Nicht vorkehrbar. Er zitterte sie vor, Kampfbegierde. Truthil, mein Bruder, ich räche dich, flüsterte sie leise. Und sollte sie fallen? Sie schüttete energisch den Kopf. Niemand, niemand würde jemals sagen dürfen, ein Mädchen aus Selama hätte Angst vor dem Tod gehabt. Sie griff den schweren Bogen aus Eibenholz und wog die Waffe prüfend in der Hand. Ein perfekt ausbalancierter Bogen, der sie noch niemals im Stich gelassen hatte. Eine Waffe für eine gute Schützin. Sie nahm eine neue Sehne aus ihrer Jagdtasche und befestigte sie am oberen und unteren Ende des Holzes. Wie oft hatte sie auf diese Art ihre Sehne gespannt. Doch diesmal galt es keinem Hirsch oder Wildschwein. Prüfend zupfte sie an der straff gespannten Sehne und lauschte befriedigt dem leichten Singen. Ossians Harfe klang manchmal ähnlich, wenn er die alten Schlachtgesänge spielte. Dies war kein sanftes Liebeslied, kein melancholischer Gesang an den Vollmond. Dies war das tödliche Sirren der wilden Schlachtgötter, ein Lied, vor dem sich Kehrbein Acht nehmen sollte. Ein letztes Mal zupfte sie an der Sehne und lauschte dem hellen Ton. Dann straffte sich ihre Haltung. Sie warf den Schild und Köcher über den Rücken und eilte hinaus auf den Burghof, wo die Männer sich bereits versammelt hatten. Es war kein ruhmreiches Heldenheer, das dort auf den Befehl zum Angriff wartete. Keine strahlende Armee, die von Schlacht zu Schlacht eilte und wie auf Götterflügeln dem Sieg entgegenglitt. Das letzte Aufgebot Selamas hatte kaum noch eine Handvoll dunkellockiger Krieger aufzuweisen. Die meisten der Männer, die dort in Waffen versammelt waren, hatten bereits graues Haar und unter vielen Helmen wandten sich sogar schneeweiße Strähnen hervor. Dathola senkte den Kopf. Sie und Koller waren nicht die einzigen, die um ihren Sohn und Bruder trauerten. Fast jeder dieser Männer hatte seine Söhne und Enkel fallen sehen und sie alle wussten, dass dies die letzte Schlacht Selamas sein würde. Als der alte König Koller auf den Hof trat, richteten sich alle Augen auf ihn. Die Kreise schwiegen. Doch ein Ruck war durch ihre Reihen gegangen und mancher, der bisher klein und gebückt unter der Last seines Schildes gestanden hatte, richtete sich auf und stand nun stolz und breitbeinig da, wie der gewaltige Krieger, der er vor 30 oder 40 Jahren einmal gewesen war. Koller hatte einen schlichten Kupferpanzer angelegt. Unter seinem im Morgenlicht rötlich glänzenden Helm flatterte seine weiße Mähne im Wind. Ein weiter weißer Umhang wehte um seine Schultern. Der alte Mann trug Schild und Lanze mit einer Leichtigkeit, als sei er niemals alt geworden. Jeder Zoll ein König, raunte einer der Kreise seinem Nebenmann zu. Koller stand lange Zeit schweigend vor seinen Männern. Dann hob er den Schild und deutete an seine Seite. Dort hing das Schwert, das ihn in so vielen Schlachten zum Sieg geführt hatte. Das Schwert, das er erst vor kurzem an seine endgültige Stelle an die Wand des Thronsaals zu den Waffen der Ahnen gehängt hatte. Ein unglaublicher Vorgang! Noch nie hatte ein Mann sein Schwert wieder an sich genommen, wenn es an der Wand hing. War dies nicht Verrat an den Göttern? Hieß das nicht, die Nebelgeister der Ahnen herauszufordern, wenn man ihnen die Waffe wieder fortnahm? Ein ungläubiges Raunen ging durch die Reihen der Kreise. Doch die Männer verstummten sofort als Koller nun das Wort ergriff. Ihr, meine Freunde und Kampfgefährten, von den frühen Tagen meiner Jugend an, sagte der alte König, so wie heute seht ihr mich noch niemals gerüstet, wenn es zur Schlacht ging. Auch damals nicht, als wir in den Krieg zogen, in dem mein Freund Konfaden fiel. Meine Freunde, ihr seid bedrückt von Kummer und niedergebeugt von der Last des Alten. Auch mich umfing das Alter. Es kam herangeschlichen wie die Nebel in der Ebene und griff nach mir. Mein Schild ist schadhaft und alt geworden. Mein Schwert hing bei den Waffen meiner Ahnen an der Wand. Ihr alle wart anwesend an jenem Abend. Ich hatte den Kämpfen und lebe wohl gesagt. Ich hatte zu mir selbst gesprochen. Kolla, dies sind deine letzten Jahre. Dein Lebensabend soll ruhig und friedlich sein. Dein Scheiden soll sein wie das Sinken der Sonne, sanft und lautlos. Doch der Sturm kehrte zurück. Er ergriff mich und schüttelte mich mit seiner Gewalt wie eine alte Eiche. Meine Äste brachen und fielen nieder auf Selamas Ebene. Mein Stamm erzitterte. Wo bist du, mein Truthil? Wo sind die gefallenen Helden? Wohin ist die Jugend Selamas gegangen? Du antwortest mir nicht, mein Sohn. Deine Stimme geht unter im Rauschen der Stürme. Truthil, mein Sohn, die Seele deines Vaters ist dunkel vor Trauer. Doch ich will nur nicht mehr trauern, meine Freundin. Kerber oder Koller? Einer von uns beiden muss heute fallen. Ich fühle, wie die Kraft meines Armes zurückkehrt. Mein Herz schlägt, es pocht in wildem Rhythmus wie Kampfgetöse. Der alte König zog sein Schwert und schlug auf den Schild. Ein letzter dröhnender Schlachtruf. Mit lautem Jubelschrei hoben die Greise ihre Waffen. Für Koller und Dathula, riefen sie und ihre dünnen Stimmen schwollen an zu einem weithin schallenden Kampfgebrüll. Auf in die Schlacht für Koller und Dathula. Graues und weißes Greisenhaar, wie heller Nebel aus grauen und weißen Wellen wogte es um Dathula. Als das letzte Heer Selamas auszog, war darunter nur eine einzige dunkelbraune Welle. Es waren die dunklen Strähnen Dathulas, die in dieser Flut mitschwammen. Wie ein Geisterheer mochte diese letzte Schar auf die Krieger aus Temora wirken. Sie wichen erschüttert zurück. Fast lautlos waren ihre Schritte im feuchten Gras über das dünne Nebelfäden Irrten. Dann aber tauchten vor ihnen die bunten Zeltbahnen und Wimpel Kerbars auf, das Heerlager des Königs von Temora. Ja, ich lese jetzt noch einen weiteren Abschnitt aus Dathula vor. Dathula ist auf der Flucht, nachdem ihre Familie und ihre gesamten Angehörigen gefallen sind. Sie flüchtet zusammen mit Nathus und seinen Brüdern über das Meer. Wir befinden uns jetzt also irgendwo zwischen Irland und Schottland auf der Rauensee. Dathula kauerte frierend am Boden des schmalen Bootes. Nathus und seine Brüder hatten sie dicht in Decken eingepackt, die keinen Wind durchließen, aber dennoch zitterte sie. Es war, als ob eine feuchte Todeskälte sich wie Nebelschwaden in ihren Knochen eingenistet hatte. Man bringt nichts Lebendes hinaus aus Selama, dachte sie bei sich, nicht nach einem solchen Kampf. Alles Volk war dahingesunken, wie sollte sie als einzige entkommen sein? Sicher war sie schon längst gestorben, sie hatte es nur noch nicht bemerkt. Das Schiff sprang, die dunklen feuchten Planken schienen unter ihnen zerbersten zu wollen, als der Boden des Seglers auf die Wellen niederklatschte, schäumend schoss die See zu beiden Seiten an der Bordwand in die Höhe. Eine hohe Welle sprang über das Deck und durchnässte den Steuermann. Doch das kleine Schiff hielt Stand. Althos, Nathos jüngerer Bruder, stand breit und sicher an der Ruderpinne und hielt das Steuer mit seinen Bärenpranken unerschütterlich gerade ausgerichtet. Seine Sternenaugen blitzten vor Kampfesfreude und Atula lächelte still in sich hinein. Kein Zweifel, dieser Sohn des alten Usnot war in dem Sturmtosen und Wellengewitter ganz in seinem Element. Er genoss den Wettstreit mit den Naturgewalten. Nur mit diesem kühnen Seefahrer an seiner Seite hatte Nathos die Überfahrt von Eta aus wagen können. Althos hatte bemerkt, dass sie ihn anstarrte. Freundlich erwiderte er ihr Lächeln. Es wird eine stürmische Überfahrt werden, Prinzessin. Das hier ist erst das Vorspiel. Mach dich auf schwere See gefasst. Dathula nickte schwach. Das werde ich schon durchstehen, murmelte sie. Auch wenn sie noch niemals so weit von der Küste fort gewesen war, wie an diesem Tag. Ich wollte, wir bekämen endlich einen tüchtigen Südwind, meinte sie, mehr zu sich selbst, als zu dem breitschulterigen Rudergänger. Dann käme Oskar und alles würde gut. Sie horchte in sich hinein auf das Echo ihrer Worte, doch alles klang hohl und falsch. Nichts konnte mehr gut werden, hinter ihr lag nur der Tod. Wieder sprang das Schiff. Das Dreiecksegel sackte in sich zusammen, dann griff der Sturm von der anderen Seite in das Tuch hinein. Mit tödlichem Pfeifen schwang der Segelbaum herum und wischte über Deck. Vorsicht, brüllte Althos, als der Baum zurückgefegt kam. Ängstlich zog Darthula den Kopf ein. Die mehr als armdicke Querstange hätte sie alle niedermähen können. Jetzt stand das Segel wie der Sturm gebläht an der Steuerbordseite. Das kleine Boot glitt dahin wie von tausend bösen Geistern getrieben. Das hätte übel ausgehen können, meinte Althos aufatmend. Bei diesem Seegang ist es verdammt schwer, den Kurs zu halten. Wir sollten das Segel erblickte besorgt zu seinen Brüdern. Seid ihr bereit? Nathos und der kleine Adern nickten. Sie griffen zu den dünnen Reffriemen und huschten in gebückter Haltung nach vorn zur Mast. Darthula ballte die Fäuste, dass ihre Finger sich tief ins Fleisch spurten. Wenn den beiden dort vorn auf dem glatten Deck nun etwas passierte. Fertig, tönte Nathos Stimme vom Mast Teher. Er hatte sich fest zwischen Mast und Bordwand verkeilt und hielt das Fall zum Niederholen des Segels in der Hand. Der kleine flinke Adern hatte den Segelbaum umklammert, die Reffriemen hatte er im Mund und biss fest zu. Achtung, rief Althos aus. Mit einem Ruck drehte er das Schiff in den Wind. Das Segel fiel in sich zusammen. Dann begann es hier. Doch Nathos hatte die Leine bereits gelöst. Das Tuch sank. Wie ein Hetzhund an der Kehle eines Hirsches hing Adern im Segelbaum. Sein Knurren mit zusammengebissenen Zähnen war selbst durch den Sturm noch zu tören. Als er das braune Tuch Falte für Falte niederzwang und mit den Riemen bändigte. Althos hielt derweil den Bug zuverlässig in den Wind gedreht, glich jedes Taumeln und Trudeln mit gelassenen Gegenbewegungen der Pinne aus. Das Boot wurde langsamer. Es stand. Dann begann es, sich rückwärts zu bewegen. Lange kann ich es nicht mehr halten, rief er mit seinem dröhnenden Bärenbass den Brüdern zu. Da ließ sich Adern bereits zurück ins Boot plumpsen. Nathos belegte mit grimmiger Mine die Leine an der Holzklampe am Mast. Dann glitt auch er zurück und ließ sich neben Dathula nieder. Wir sind fertig. Mit einem leichten Ruderschlag drehte Althos den Bug aus dem Wind. Das Segel schwang nach rechts. Es füllte sich mit Wind und trieb das Boot erneut voran. Obwohl die Brüder die Segelfläche fast um die Hälfte verkleinert hatten, spürte Dathula noch immer, welche enormen Kräfte an dem Mast rissen. Ihre Geschwindigkeit hatte sich kaum verändert. Wird es halten? fragte sie bang. Sicher, nickte Althos. Du musst keine Angst vor den Wellen und dem Sturm hier draußen haben. Wirklich gefährlich wird es erst, wenn wir in die Nähe der Küste kommen und zwischen die Uferfelsen geraten. Er zwinkerte ihr zu. Schiffe scheitern gewöhnlich in Landnähe. Wie große Pläne, die meist zu Beginn oder gegen Ende schief gehen. Du musst keine Angst haben, wenn Althos am Steuer steht, sagte Ardern und schmiegte sich eng an sie. Sein schwarzes Haar kitzelte sie in der Nase, aber sie hielt still. Wenig später war der Kleine fest eingeschlafen. Großer Gott, das ist ja noch ein Kind, durchfuhr es Dathula. Schon ihr Bruder Trutil war ihr in seinem unbekümmerten jugendlichen Leichtsinn oft wie ein halbes Kind vorgekommen, doch dieser junge Königssohn aus Eta mochte kaum vierzehn Sommer gesehen haben. Mochten es die Nebelgeister geben, dass er noch den fünfzehnten erlebte. Und mögen es die Nebelgeister auch geben, dass unser Schiff seinen Kurs durch die Wellen findet, setzte sie in Gedanken hinzu. Schwarze Wolken ballten sich über dem Schiff zusammen. Dathula sah mit Sorge, wie es um sie herum finsterer wurde. Inzwischen konnte sie nicht einmal den Bug erkennen. Sind wir noch auf dem richtigen Kurs? fragte sie müde. Schwer zu sagen, ohne die Sterne zu sehen, sagte Althos. Wir können uns nur nach dem Wind richten und hoffen, dass morgen früh die Sicht klarer wird. Dathula nickte. Hoffen wir also auf morgen. Erstmal schon mal danke Petra für deinen Vortrag. Jetzt aber natürlich noch das Wichtigste. Dathula, der Roman, wo kann ich ihn kaufen, wie viel kostet er, sache duns. Okay. Das Buch heißt Dathula, Tochter der Nebel, verfasst von Petra Hartmann, erschienen im Verlag Saphir im Stahl. 126 Seiten, kosten 9,95 Euro, erhältlich in jeder guten Buchhandlung oder im Online-Buchhandel. Kommen wir nun zu einem Mitglied der hildesheimlichen Autoren, dessen Stimme sie alle schon seit Monaten im Ohr haben, Jens Volling, unser Radiobeauftragter und Fachmann für die Sendung Hi Nun. Gefragt, wie man sich seinen Nachnamen merken kann, sagt er immer, ganz einfach, das Gegenteil von Leer mit einem kurzen Ingenieur. Klar, Volling. Jens Volling wurde am 28. September 1981 in Hildesheim geboren und lebt seitdem in dieser Stadt. Sie ist seine urbane Mutter, sagt er, und er ihr treuer Sohn. Jens Volling liebt es, Worte zu Papier zu bringen und zeichnete sich schon in der Grundschule durch beachtliche Geschichten aus. Einmal hat eine Lehrerin unter einem Aufsatz von ihm geschrieben, wann erscheint dein erster Roman. Das war in der Grundschule Moritzberg, der sogenannten gelben Schule. Und er hat sich die Worte seiner Lehrerin zu Herzen genommen. Ein Roman ist zwar noch nicht fertig, aber schon eine längere Geschichte unter dem Titel Think. Eine Novelle, in der es um Leute geht, die sich mit Fantasie duellieren. Eine ausgesprochen fantastische, sehr kreative und originelle Geschichte, die, Achtung, noch einen Verlag sucht. Heute hat er uns eine Geschichte mitgebracht, die nicht weniger intelligent, kreativ und originell ist, nämlich die Geschichte seriöser Nonsens. Jens, lass mal hören. Ja, danke Petra. Diese Geschichte ist inspiriert von dem schönen Gedicht Dunkel war's der Mond schien helle und in diesem Stile habe ich dann eine eigene kleine Geschichte mir ausgedacht und zu Papier gebracht. Das reimt sich und das ist gut und die Geschichte kommt jetzt. Es war einmal in der Zukunft in einem weit entfernten Land ganz in der Nähe. Auf dem Grund eines Berges steht ein mehrstöckiger Bungalow mit gebogenem Flachdach, dessen Fassade in knallbunten Grautönen gestrichen wurde. Eigentümer des Gebäudes ist Roy, 25, der dort schon seit einem halben Jahrhundert zur Miete wohnt. Roy ist der Sohn kinderloser Eltern, hat genau wie sein Bruder keine Geschwister und genießt zusammen mit seiner Frau das Single-Dasein. Momentan steht der blond gelockte Glatzkopf vor der Balkon-Tür im Keller und blickt durch die kristallklare Milchglas-Scheibe zum strahlend blauen Nachthimmel hinauf, an dem ein sichelförmiger Vollmond leuchtet. Die langen Stummelfinger des zierlichen Hühnen umklammern dabei eine leere Wasserflasche, aus der sich einen großen Schluck Apfelsaft genehmigt, den er am Morgen aus frischen Orangen gepresst hat. Das kaputte Radio spielt dazu ohrenbetäubend leise Musik und die nackte Glühbirne mit dem farbenfrohen Lampenschirm, die gestern durchgebrannt ist, taucht den Raum in ein gleißend helles Dämmerlicht. Roy wendet sich von der Balkon-Tür ab und sieht sich um. Die Mausefalle hinter dem rostigen Holzregal hat ein Stück Käse gefangen. In einer metallenen Pappkiste liegt ein altes WLAN-Kabel und an dem vertrockneten Plastikweihnachtsbaum in der Ecke hängen auch immer ein paar Ostereier. Ich sollte mal wieder aufräumen, denkt sich Roy, als Cindy nach ihrem Ehemann ruft. Es ist Punkt 8 Uhr abends, Zeit fürs Frühstück. Roy's Frau hat ein Rindersteak entgrätet und Holzkohle in den Elektrogrill geschüttet. Nun steht sie im Schlafzimmer am Herd und brät das Steak von allen drei Seiten gut an. Ihr Mann steigt unterdessen die Kellertreppe ins Erdgeschoss hinab und tritt in den Hausflur hinaus, dessen Wände mit Dutzenden Bildern in leeren Rahmen behängt sind. Roy durchschleicht den Flur schnellen Schrittes und will gerade in die Essäcke abbiegen, als es Verhalten an der Haustür Sturm klingelt. Wer ist es? Sag schon, wer ist es? fragt Cindy mit hörbarem Desinteresse. Roy geht zur fast vollständig aus Klarglas bestehenden Tür und blickt durch den Spion. Es ist niemand, ruft er seiner Frau wortlos zu, lässt die Tür geschlossen und niemand eintreten. Fred niemand, Roy's Nachbar, ist gebürtiger Schweizer und kam in Paris zur Welt. Inzwischen lebt er jedoch in Italien, genauer gesagt in Barcelona, in einem Häuschen direkt an der Temse. Was kann ich für Sie tun? fragt Roy seine Nachbarn, nachdem er ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Ach, sagt Fred, ich bin ja so müde, hätten Sie vielleicht ein Stück Brot gegen meinen Durst? Roy holt ihm aus der Besenkammer ein Glas Wasser, das Fred dankend ablehnt und in einem Zug ausleert. Wollen Sie nicht zum Essen bleiben? fragt Roy. Sehr gerne, antwortet Fred und geht wieder nach Hause zurück. Roy setzt sich unterdessen in der Essicke auf den Tisch. Cindy hat bereits die Stühle gedeckt und während draußen die Sonne in dicken Flocken vom Himmel regnet, lassen es sich die beiden schmecken. Wer mehr über Jens Volling wissen will und einen Auszug aus seiner Novelle Think lesen möchte, findet das unter den Autorenportraits auf unserer Homepage www.hildesheimliche-autoren.de